Hi Carsten, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wie gefällt es dir denn hier in Saara so? Ja, sehr gut. Also das Betta spielt zwar noch nicht so mit, aber wir sind ja glaube ich nicht hier, um Urlaub zu machen, sondern um Handball zu spielen. Aber Unterkunft ist in Ordnung, Essen ist in Ordnung. Zimmer sind ein bisschen klein, aber wie gesagt... Ja, die Betten sind okay oder passt du nicht rein? Ja, wir legen immer die Matratze am Boden wegen der Überlänge. Gibt es ja leider hier nicht vom Bett und deswegen legen wir uns ja noch den Boden auf die Matratze. Okay, und Kroatien soll ja richtig gutes Essen eigentlich haben. Habt ihr das schon so mitbekommen? Kannst du das bestätigen? Ja, also das ist mehr Hotelessen hier, aber mein Vater ist in Roazin, ist auch hier und Flado Stenzel kennen sich auch ein bisschen aus und die gehen immer schön essen. Okay. Der hat mir erzählt, dass es richtig gut ist. Und wer ist dein Zimmerpartner? Michael Müller, er ist auch in Würzburg geboren und deswegen liegen wir gleich im Zimmer und wir verstehen uns sehr gut. Es ist mehr Spaßzimmer. Okay, super. Hast du das selbst ausgesucht, den Partner oder eingeteilt? Ich bin immer zugeteilt vom Betreuer und wie gesagt, ich bin mit dem Zimmerpartner sehr zufrieden und wir verstehen uns sehr gut. Super. Heute ist ja euer freier Tag. Habt ihr dann ein bisschen Zeit, auch selbst was zu machen? Ja, wir können jetzt noch heute Mittag nach Sadar, aber um drei Viertel fünf treffen wir uns dann wieder zum Training und Abendessen und dann bereiten wir uns später für die Info. Okay, super. Dann wünschen wir euch viel Glück für morgen für das Spiel. Dankeschön. Danke auch.